Tag 4 Freigegebenen Handwerkskonzept Detrevense ins Bunny Après Tom paintings Abgeschlossen. Pack den Anfang für die Sammlung des Museums. 2 2 1 2 2 2 Das ist ja her. Okay. 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 Ihr seid hier nicht willkommen! Aaron! So Leute! Alle diese Aufruhr sind unnötig! Kugelfisch Corporation. Ganz im Gegenteil. Wir sind hier und dazu 11. Schluss mit den Lügen Frau Kugelfisch. Wir wissen genau warum du hier bist. Du kannst es Karen nennen. Bitte fahr fort Frau Betty. Ich habe die Ölkatastrophe zu verantworten. Diese Stadt hat letztes Jahr heimgesucht. Diese alten Knochen haben schon genug von einem Abscheid. Wir brauchen hier keine Ölbohrunterlegung. Bitte, Schluss damit. Wir wollen hier keine Bohrungen. Ich fürchte das liegt nicht in der Hand. Aber ja. Ja, wir sind ein Ölbohrunterlegung. Aber die Dinge sind nicht immer einseitig wie Frau Betty. Wir brauchen euer Schmutzgeld. Geld nicht. Ich darf. Brothemd. Wir können Coral Island wieder lebendig sein. Den wir tonnenweise meine Tonnenarbeiter geben. Nachdem wir aus dem Museum ein Öllager gemacht haben, werden wir die Borde zum See und über den Strand ausweiten. Es wird langsam klar worauf ich hinaus will. Ich sehe schon Plätze mit Verkaufsautomaten von Parks. Viele unserer Arbeiter werden sich in dieser wärmenden Stadt niederlässt. Die Kugelfisch Corporation kann Coral Island helfen, ein wunderbarer Öl da zu werden. Wir können Arbeitsplätze schaffen. Und andere werden Haufen aktuell hierher bringen. Die Zeit wird dieser Stadt wieder lebendig. Man stellt sich vor. Überall mit dabei von Kugelfisch die Vampir chillen. Oder Fischstipps. Alle werden das. Brothemd. Den kann das grosse Ganze. Mal ehrlich. Man weiss von diesem charmanten kleinen Inn. Wir wollen euch helfen. Unsere Operationen bis zu den Küssen von Coral Island ausweiten. Ausweiten. Wann wird dieser Ortwelt berühmt? Wir werden euch zu Bekanntheit verhelfen. Wir müssen nur Ja sagen. Nein. Und mit Helfen meinst du Bohrarbeiten auf der ganzen Hände? Die Investoren von Kugelfisch werden gewaltige Profite. Rechnen doch mal. Ihr werdet schon noch dahinter. Leute, wir sollten uns beruhigen. Wir werden zu keiner Lösung kommen, wenn sie zu uns gelassen. Frau Karen, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Die Tür steht immer offen, Herr Burger. Und bin ich da? Oh, ich weiss, wer du bist. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Guck nichts zu verwenden. Du kennst mich nicht. Ich bin Karen. Gehört zur Kugelfischung. Bombi, diese Insel sind wir beide. Diese Leute, sie verschliessen die Augen vor der Wahrheit. Wir sollten das Beste draus machen. Vorher, das ist sie, das ist die nächste Zeit. Ich muss die Zeit nimmst. Ich muss hier ein wenig probieren. Die Zeit herrschen ist in der Zeit. Und das ist auch die Zeit. Du hast die Zeit in der Zeit. Ich muss die Zeit in der Zeit. Und das ist die Zeit. Ich muss die Zeit in der Zeit. Und das ist die Zeit. Die Zeit, die Zeit im Haus. aufwachen einfach nur selbst. Ich muss heute arbeiten, nachher gehe ich direkt in den Bildung, nachher gehen, nachher gehen, nachher gehen, nachher gehen. Ich bin der Kunde. Luke. Ja, kann ich helfen? Mein Name ist Luke. Ich kann gerne. Interessant, mir gefühltige Entscheidungen von Pukio. Warum gerade jetzt? Viel Glück für mit Pukio. Schmiede. Guten Tag. Auf die Farm gezogen. Willkommen in der Gemeinschaft. Kurzer Latschlag. Deinem Neujahr. Hab Geduld. Seit dem letzten Jahr wachsen. Seit dem letzten Jahr wachsen die. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und Laufkrieg Und Laufkrieg Und Laufkrieg Und Laufkrieg Und Laufkrieg Und Laufkrieg Untertitelung. BR 2018 Holes. Untertitelung des ZDF, 2020 Rose Rose Oh, hier. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.